Die neue Wiesbadener Sporthalle am Platz der Deutschen Einheit. Ein Leuchtturmprojekt für die hessische Landeshauptstadt. Gemeinsam mit der Partnerschule des hessischen Sports, der Ellyheus-Schule, wird der Frauenbundesligist VC Wiesbaden ein neues Zuhause finden. Ein neues Zuhause im Herzen der Stadt. Der Volleyballclub Wiesbaden. Sportliches Aushängeschild der Stadt. Publikumsmagnet. Ein echtes Event. Emotion. Leidenschaft. Ästhetik. Dynamik. Team. Erfolg. Wie zum Beispiel der Einzug ins deutsche Pokalfinale 2013 und der dritte Platz der Bundesligasaison 2012-2013. Beim VC Wiesbaden ist jeder willkommen. Egal ob groß oder klein. Neben der Breiten- und Leistungssportförderung nehmen wir unsere gesellschaftspolitische Verantwortung in der Stadt Wiesbaden wahr. Das VCW-Maskottchen Vincent geht dabei mit gutem Beispiel voran. Zum Beispiel bei der Aktion Gesunde Ernährung für Kinder oder der jährlichen Benefitsaktion für das Zwergnasehaus. Der Volleyballclub Wiesbaden ist stolz, ihr neuer Nachbar im Cityrevier zu werden. Wir sehen uns als Chance für Einzelhändler und Gewerbetreibende. Wir sehen uns als Chance fürs Viertel. Wir im Herzen der Stadt. Bis zum nächsten Mal.